Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von der Coinbase Pressekonferenz. An meiner Seite sind meine Dustin und Roman. Hallo, Eben. Hey. Hi, Phil. Und Moin. Ja, einiges passiert in den letzten Wochen, vor allem in der letzten Woche, wie die Ereignisse überschlugen sich. Und genau, wir sind auch mit unserem Announcement live gegangen. Wir haben für das Team, für die zweite Saisonhälfte, wir haben auch ein Video gepostet, für die, die es noch nicht gesehen haben. Da könnt ihr gerne mal bei uns am Twitter-Kanal vorbeischauen. Auch zu den Beweggründen des Ganzen, warum wir uns genau auch für diese Spieler entschieden haben. Und heute versuchen wir einfach eure Fragen und auch die Fragen der Presseautilie, vor allem der Deutschen, ja, aber auseinanderzusetzen, sie auch zu beantworten. Vorab schau dort, dort schon mal an 99, 1hp, esports.com und auch an die dpa, die uns Fragen vorab geschickt haben. Und genau, die wollen wir jetzt beantworten und natürlich auch eure Fragen im Chat. Ich habe auch ein paar Fragen aus Twitter und Instagram gesammelt, die werden auch durchgehen. Und genau, es sind auf jeden Fall eine Menge, das vorweg. Und deswegen, ja, wir hoffen natürlich so viele wie möglich zu beantworten. Kleine Resklamme vorab, wir können natürlich nicht alle beantworten. Müsst ihr ja morgen auch wieder arbeiten. Genau, damit würde ich auch gerne das Wort an Roman übergeben. Wort an euch. Genau, also erstmal hallo zusammen. Wir haben ja schon einiges, glaube ich, auch in unserem, letztes Mal, Release-Video gemacht, wo wir auch das Line-Up schon announced haben. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und euch auch nochmal sagen, was wir da halt auch alles gemacht haben und umstrukturiert haben. Einige haben es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben mit Dustin Anfang des Jahres wieder jemand an Bord, der so sehr, sehr stark im Hintergrund gearbeitet hat. Und er wird jetzt hervortreten und wird halt ganz klar die Assistance-Coach-Rolle einnehmen. Viele strukturelle Sachen auch im Coaching-Team machen. Die Philosophie ganz klar mit Fatih und ich so ein bisschen federführend als Begleitung vorantreiben. Und ich denke, da haben wir genau die richtige Wahl getroffen. Und ich glaube, auch der Zusammenhalt, also ihr müsst wissen, ich weiß nicht genau welches Jahr, du musst mir mal helfen lassen. Aber ihr habt ja gemeinsam, du und Mantou, sogar die deutsche Meisterschaft gewonnen und habt da ja auch ein sehr gutes Verhältnis. Und gerade für die Eingewöhnung ist es von Mantou natürlich auch von Vorteil. Ja, das war so 2019, also sogar dreimal. Dreimal habt ihr die gewonnen? Ja, dreimal. Na, also Dustin ist auf jeden Fall der Mann, der gerade im Coaching-Team nochmal eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise mit reinbringt. Und ich denke, das ist halt, das ist auch ein großer Vorteil von uns. Und ja, ich freue mich auf die Zeit und bin gespannt. Dann können wir eigentlich direkt zu euren Fragen übergehen. Ja, wir freuen uns. Ja, die erste Frage kommt von Sport von Nighthand Damage. Tatsächlich seguit die so ein bisschen auch von deiner Aussage. Wie sehr denn ja auch die Freundschaft und die Relationship von Dustin und Mantou, ja, am Ende auch den Transfer oder auch die Entscheidung beeinflusst hat, Mantou zu sein? Ja, ich würde sagen, schon natürlich ein bisschen. Also wir haben natürlich viel Scouting betrieben. Wir haben uns viele Spieler angeschaut, haben sehr lange über den ganzen Prozess nachgedacht. Und ich habe sehr viele verschiedene Spiele analysiert und Mantou stand da auch ganz klar auf der Liste. Ich denke, dass er das Team sehr bereichern würde, einfach weil er halt ein sehr erfahrener Spieler ist, weil wir halt auch genau wissen, was wir mit ihm bekommen können, da ich halt auch sehr lange mit ihm gespielt habe und genau weiß, was er kann. Und konzeptionell würde er, würde er sehr, sehr gut in unser System reinpassen. Und ja, es sind viele Sachen, die dafür gesprochen haben, wo ich und ich glaube, das Team sich dann auch sehr sicher war, dass er der optimale Kandidat sein wird. Okay, Segway, was für Qualitäten bringt deine Meinung nach Mantou? Also zum einen, wie gesagt, erfahren. Also er hat da schon bei OG auf hohem Niveau gespielt, sehr lange. Damit hat er auch sehr viele Einflüsse aus dem Team, die er mit rüberbringen kann. Ich denke, das ist auch immer sehr gut, wenn man ein paar neue Sichtweisen bekommt, weil er hatte da natürlich auch verschiedene erfahrene IGLs und sehr viele gute Sachen sicherlich auch, die uns, denke ich, auch zugutekommen können. Wir haben mal wieder neue Perspektiven. Dann natürlich ganz klar der individuelle Skill. Ich denke, vor allem der Meta momentan in CS entwickelt sich so ein bisschen weg von der AWP oder beziehungsweise zu diesem Hybrid-Modus, dass eine AWP auch eine gute Rifle sein muss. Und Mantou war damals, für die, die es nicht wissen, immer eine Rifle vor der AWP-Zeit. Also bevor er zu OG gekommen ist. Und er ist halt ein sehr, sehr guter Hybrid. Und dadurch passt er auch sehr gut in unser System. Und ja, und wie gesagt, ich denke, das größte Argument ist einfach, vor allem er ist kein Gamble. Wir wissen genau, was er mitbringt. Sehr disziplinierter Typ, der einfach auch charakterlich, denke ich, sehr, sehr gut in die Big Family passt. Also ich denke, das sollte alles so sehr gut klappen. Frage von Wizzy von eSports.com. Wahrscheinlich eher mal dich, Roman. Was waren die Gründe, die dazu geführt haben, das Roster dann doch schlussendlich sehr stark umzubauen? Weil es nicht nur ein oder maximal zwei Spieler ist, sondern weil es auch strukturell, auch hinter dem Team, wie du erwähnt hast, doch ein größerer Umbau. Ja, gerade wenn es um das Team explizit geht, muss man halt einfach sagen, dass wir das, was wir auch schon ganz klar gesagt haben, wir haben sehr viel Zeit darin reingesteckt, dass wir die Academy-Jungs dorthin bringen, wo sie jetzt sind. Und wir sind einfach der Auffassung, dass die Jungs jetzt von alleine gelassen werden müssen und zeigen können, was sie drauf haben. Und es war jetzt einfach ein guter Moment. Ich glaube, es ist halt einfach, das ist halt Sport und du brauchst halt einfach irgendwann mal auch frischen Wind, neue Leute, eine neue Konstellation, dass bestimmte Prozesse halt einfach wieder besser greifen und funktionieren. Also wir waren so ein bisschen in so einem Alltagstrott drin mit dem alten Team und wir kamen da einfach nicht mehr so richtig raus. So, und einige Leute haben auch so ein bisschen, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich auf Erfolgen ausgeruht hat, die man 2020 hatte, aber es ist nochmal was anderes, wenn du jemanden dabei hast, der noch ganz am Anfang seiner Karriere steht und wirklich alles dafür tut, den nächsten Schritt zu erreichen, als jemanden zu haben, der im Prinzip schon mal ganz oben war, dann ein bisschen weiter runtergefallen ist und dann wieder nach oben kommt. Also der eine Weg ist wesentlich schwieriger und von der Konstellation, er hat das halt einfach super gepasst. Wir haben die Jungs sehr, sehr hart an den Jungs gearbeitet, an deren Ausbildung, haben mit denen jahrelang verbracht, haben die Families kennengelernt und wir wissen einfach, dass sie sich zu 100 Prozent mit WIG identifizieren. Wir wissen, dass sie alles dafür tun, um der deutschen Szene was zurückzugeben und das Ganze wieder auf die nächste Stufe zu bringen und sind ganz klar der Meinung gewesen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir diese Umstrukturierung machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Die Frage, die so ein bisschen drauf einspielt von Niklas Kleber, DPA. Eure Academy-Beförderungen sind auf dem Level doch relativ unerfahren, wie du auch gerade herausgestellt hattest. Warum hältst du sie oder auch ihr, auch an dich, dass sie für T1 Turniere, die jetzt auch anstehen und wie viel Zeit vor allem wollt ihr den Spielern zur Anpassung entgeben? Ja, also ich denke, die Spieler haben sich ganz klar schon bewährt auf dem Academy-Niveau. Also man hat gesehen, dass sie auch gegen bessere Teams sehr, sehr gut spielen können. Ich glaube, das Niveau können sie erhalten und irgendwann muss man ja den Sprung machen, wie Roman schon gesagt hat. Und ich denke, dafür sind sie die optimalen Kandidaten. Der Zeitpunkt ist sehr, sehr passend. Und ja, ich denke, das sollte kein Problem werden. Aber trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit, ein neues Line-Up, auch Umstellungen, Sprache und so weiter. Da sind ein paar Faktoren, die natürlich erst mal eine Herausforderung werden, aber trotzdem eine, die wir sehr gut bewältigen werden. Da bin ich mir sicher. Aber wie lange das natürlich dauert, weiß man nicht. Aber wir wollen natürlich direkt Gas geben und uns direkt von der besten Seite zeigen. Aber Step by Step. Ja, ich kann mich da so nur anschließen. Also, wir haben uns jetzt keinen Zeitpunkt ausgesucht und haben gesagt, ihr habt jetzt hier zwei Events Zeit und dann entweder es läuft oder es läuft nicht. Wir planen langfristig. Wir haben in die Jungs sehr viel Zeit gesteckt und wir wollen, dass die Jungs jetzt zeigen, was sie drauf haben. Und das werden sie relativ schnell hinkriegen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall keine Deadline, wo wir sagen, bis dahin muss es klappen. Ich denke, die Jungs müssen jetzt ganz in Ruhe arbeiten. Das Coaching-Team hat eine super Arbeit gemacht. Wir sind gut vorbereitet. Wir starten am 3.7. mit dem Bootcamp, beziehungsweise Media Day und am 4.7. mit dem Bootcamp und werden den Biss Blast durchziehen. Das ist wieder ein sehr taffer Schedule, den wir vor uns haben. Aber wir sind gut vorbereitet darauf. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Und ich freue mich auf die Zeit und bin da guter Dinge, dass das alles in die Richtung läuft, wie wir uns das vorstellen. Follow-up. Du hattest auch in dem Announcement-Video erwähnt, dass uns eben dieser deutsche Kern auch extrem wichtig ist. Nochmal eine Frage dazu, warum? Vielleicht um das hier nochmal grob zu erläutern in ein, zwei Sätzen. Und wo genau wir den Vorteil auch daran sehen. Das ist ja ganz klar. Also wir machen E-Sport für die deutsche Szene. Das war schon immer die Philosophie. Und daran halten wir fest an dem Konzept. Und aus meiner Sicht sind wir dem Ganzen halt auch was schuldig. Ich bin ja auch in der deutschen Szene aufgewachsen. Wir haben auch damals mit internationalen Spielern immer unser Line-Up aufgestockt, die zu uns gepasst haben, die sich dann auch wirklich mit Big identifiziert haben. Damals mit Maus. Und die einfach auch gezeigt haben, hey, sie wollen unbedingt für Big spielen. Wir wollen keine Söldner. Wir wollen keinen, der jetzt irgendwie mal sagt, okay, ich bin mal ein halbes Jahr da und nutze das als Sprungbrett. Das ist absolut nicht die Philosophie von uns. Und das ist einfach der Grund. Also wir machen das für die deutsche Szene. Wir wollen die deutschen E-Sport vorantreiben. Und werden das in Zukunft auch machen. Darf ich auch in der Richtung Academy gerade sprechen? Wie ist da der weitere Plan? Wie viel können wir da schon, wie viel schon set in stone? Ja gut, also im Moment haben wir vier Spieler im Academy-Line-Up. Tom, Luke, Ethel, Sensei und Matze. Vielleicht noch Luke. Luke ist Arrow. Die vier Jungs sind fest im Line-Up. Wir führen schon intensive Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der jetzt wirklich auf Anni zu uns passt. Weil ich meine, wir haben ja ganz klar gezeigt in der Vergangenheit, dass wir ein System fahren, wo wir halt eigentlich immer nur Kandidaten ins Academy-Team lassen, die das Potenzial langfristig haben, halt auch den Sprung hinzukriegen. Wir sind da auf jeden Fall dran. Uns ist natürlich auch bewusst wie euch, dass wir zwei AWPs gerade haben. Ich denke, ähnlich wie Dustin, also es sind beides AWPs, die auch eine Hybrid-AW spielen könnten. Man könnte auch ein System fahren, dass man sagt, man spielt mit beiden langfristig ein Line-Up. Das wird sich jetzt zeigen in den ersten Monaten, ob das halt klappt. Das ist auf jeden Fall erstmal unser Ansatz. Und wir werden sehen, ob das klappt und ob das in die Richtung geht, die wir uns vorstellen. Thema deutscher Markt und auf dem Nachwuchsmarkt, Frage von Wizzy von eSports.com. Wie schätzt ihr den ein? Vielleicht separat antworten, gibt es ausreichend junge deutsche Spieler, damit auch zukünftig die Weiterführung des Academy-Projekts und damit die eigene Talententwicklung sichergestellt ist? Willst du anfangen, Dustin? Ja, also ich denke, der Markt entwickelt sich immer weiter. Es ist ja nicht so, als wenn keine neuen Spieler nachkommen. Und ich glaube vor allem, CS2 wird eine ganz große Rolle da spielen. Also ich denke, also ich hoffe mir, ich erhoffe mir, dass halt sehr viel junges Talent zu CS2 kommt, dass man langfristig sieht, dass der deutsche Markt sich auch weiterentwickelt und dass immer mehr junge Spieler heranwachsen und zu potenziellen Kandidaten werden. Natürlich. Wie es momentan aussieht, ist immer schwer zu sagen. Wie Roman schon gesagt hat, es ist immer nicht so einfach. Da sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Trotzdem denke ich, dass es nicht so ist, als wenn der deutsche Markt ausgetrocknet ist. Also so würde ich sagen. Also ich denke auch, ich sehe CS2 als Riesenchance, dass man halt da einfach mal gemeinsam diese ganze deutsche Szene nochmal aufweckt. Also ich meine, wir sind ein Land mit unheimlich vielen Einwohnern und ein Riesenpotenzial, auch wirtschaftlich. Und ich glaube, wir sind absolut noch nicht an dem Punkt, wo wir das ganze Potenzial halt wirklich ausschöpfen. Und das ist auch ein Teil unserer Verantwortung da, Pioniersarbeit zu betreiben oder noch mehr zu machen, als wir sowieso schon machen. Und ich denke, auch die anderen Teams müssten in der Hinsicht einfach noch mehr auch in die deutsche Szene stecken. Also es gibt viele Teams in unteren Segment, die unheimlich gute Arbeit machen. Aber ich denke jetzt gerade an die großen Orgas. Die sollten in der Hinsicht da halt auf jeden Fall diesen Zug halt nicht wegfahren lassen, sondern halt da mit uns gemeinsam halt etwas entwickeln und die deutsche Szene einfach vorantreiben. Aber ich sehe es ähnlich wie das, denn das Potenzial ist riesig. Die Auswahl an Spielern zum jetzigen Zeitpunkt ist leider Gottes überschaubar. Aber das, was alles nachkommt in der nächsten Generation, da sehe ich ein großes Potenzial und ich denke, da werden auch viele Talente kommen, die den Sprung halt auch wirklich auf das höhere Niveau halt hinkriegen. Thema Zukunft, Thema Counter-Strike 2 oder Counter-Strike, wie wir es auch immer nennen wollen. Frage auch Richtung Team. Konnte das Team schon spielen? Frage kommt von Wizzy. und wie viel Fokus liegt tatsächlich auch jetzt schon drauf? Wird das aktiv geprackt? Wird da irgendwas oder passiert da schon irgendwas? Oder wann sagt ihr, es kommt der Zeitpunkt, wo ihr sagt, okay, jetzt steht es in der Sternen, okay, dann ist das erste Counter-Strike-Turnier und dann fangen wir an. Es ist ja sogar so ein dubioses Counter-Strike 2-Turnier irgendwie announced worden. Soll in Polen stattfinden mit einer Million Preisgeld. Ist auf HLTV, ich weiß nicht, was da dran ist, aber also unser Team hat absolut keinen Fokus auf CS2 und das steht halt, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, wann das kommt. Also, Valve möchte natürlich möglichst schnell den Umschwung schaffen, aber dafür muss, glaube ich, noch viel passieren und ich bin der Meinung, dass man da, man sollte, man nimmt es, wie es kommt. Also, wenn die Ansage kommt, Event XY wird CS2 gespielt, dann wird sich da intensiv darauf vorbereitet und vorher spielt man so ein bisschen Just for Fun halt. Das machen unsere Jungs auch, aber doch sehr begrenzt. Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall Roman an. Ich denke, es ist auch ein großes Problem, weil das Spiel wandelt sich ja auch. Also, es wäre auch ein bisschen verschwendete Zeit, weil du weißt eh nicht, wo es hinführt. Es können auch krasse Änderungen vorgenommen werden am Spiel. Das wäre dann Wasted Time in dem Sinne auch. Also, es macht zu dem Zeitpunkt noch keinen Sinn, das wirklich ernst anzugehen, denke ich. Dann eine Frage von Twitter, von Ketobus. Könnt ihr mit Mantou voll auf Deutsch callen oder wird teilweise Englisch gecrollt? Ja, oder willst du, Roman? Hast du ja du. Nee, mach du ruhig das denn. Mantou fragen, bist du wahrscheinlich die bessere Wahl, die zu beantworten. Ja, also, wir werden auf jeden Fall auf Englisch callen. Wie die Zukunft aussieht, wird sich zeigen, ob man vielleicht auch einen anderen Schritt weiter in Erwägung ziehen kann, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann er kein Deutsch. Dementsprechend wird das eine Umstellung auf die englische Sprache werden und ich denke, die Jungs werden damit auch gar kein Problem haben aufgrund der Erfahrung. Ja, so wird es kommen. Dann beschreibe ich die Frage, die den meisten unter den Fingern gebringt, unseren Pressevertretern. I am Cologne. Wann können wir da Update geben? Wer spielt? Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir werden das Line-Up zeitnah announcen und sind da auch eigentlich im Prinzip schon fertig, wollen, aber wollen da noch ein paar Tage warten, bis wir das dann nicht wirklich veröffentlichen. All right, dann gedulden wir uns noch ein paar Tage. Dann eine Frage von TheHotts von 1HP. QB hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er nun Vollzeit-Kanuswerk spielt. Mit X Ambitionen, die besten Teile der Deutschlands im Nachwuchsteam zu haben, wird man versuchen, ihn dann Bord zu holen. Entschuldigung, ich habe gerade die Fragen gelesen. Kannst du nochmal? Ja, genau. Gegen QB, ne? Ja, genau. Ja, okay. Also QB ist mit Abstand die Personalie im deutschen Raum, die es absolut verdient hat, irgendwann in einem deutschen Top-Team zu spielen. Ist super interessant. Wir würden ihn sehr gerne auch in unserem Academy-Team sehen, obwohl er wahrscheinlich teilweise vielleicht sogar einen Schritt schon weiter ist. Ist aber so eine Zwischenstufe. Und ich denke, das wäre ein sehr guter Weg für ihn über das Academy-Team, sich da ranzuspielen und die Chance dann irgendwann zu nutzen, wenn sie kommt, im Main-Team zu landen. Das hat ja unsere Philosophie gezeigt, dass das unser Weg ist, der für die Jungs auch sehr erfolgreich ist. Von daher mit Abstand im Moment das größte deutsche Talent, was noch nicht in einem ich will jetzt Sanger nicht sagen, Sanger macht eine super Arbeit, aber noch nicht da ist, wo es hingehört aus meiner Sicht. Hast du noch was zu ergänzen, Dustin? Nein, eigentlich nicht. Gut. So, also kommen wir auch als Ende. Wir werden gleich auf die Twitch-Fragen eingehen. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen hier. Thema Faven, die Situation generell um mich herum auch von Hotz von Weltspie. Gibt es einen Langzeitplan bis zu Faven? Soll da eine ähnliche Wiedereingliederung wie Enzym geben wie mit Kito, sobald er wieder da ist? Das ist so ein Plan. Also, Josef ist jetzt frischgebackener Vater und konzentriert sich auf seine Family und wenn dieser Zeitpunkt abgeschlossen ist, also ich denke, das ist auch nachvollziehbar, wenn wir in zwei, drei Monaten werden wir uns zusammensetzen, werden ganz in Ruhe besprechen, wie die Situation ist und werden das halt neu bewerten. Also ich kann, wir können da nicht sagen, wir haben da jetzt keinen genauen Plan vor Augen, das ist halt ein privates Thema, was wir einfach berücksichtigen und wie sich das entwickelt, müssen wir uns einfach genau anschauen zu diesem Zeitpunkt. Elternzeit im E-Sport war dann doch ein neues Konzept. Generell im klassischen Sport ist es sehr ähnlich. Es ist halt einfach schwierig und da muss man jetzt auch kein Geheimnis machen, wenn das Team absolut super performt und das ist unser Anspruch und wenn es in die richtige Richtung geht, dann wird es halt schwierig und dann werden wir daran auch nichts ändern, aber das ist ja jedem bewusst. Und wir geben dem Team auf jeden Fall Zeit, sich zu entwickeln und zu schauen, in welche Richtung das geht und alles andere müssen wir dann zum Zeitpunkt X einfach besprechen. Aber da werden wir euch rechtzeitig ins Boot holen und gerne auch immer bei mir persönlich mal nachfragen, wenn ihr Lust habt. Wenn wir da einfach einen Weg wissen, dann gebe ich das auch gern weiter, aber im Moment kann ich dazu einfach nicht sagen, was denn zu diesem Zeitpunkt denn ist. Gut, dann haben wir noch eine Frage von Ian von Twitter. Wie wird die Aufteilung der Aufgaben zwischen Gop und Dude sein? Soll ich du gucken? Erstmal gucken. wie er es beschreibt und dann gucken, wie sich das deckt. Also wir haben uns, ich habe mit Dustin ja, wir haben sehr viel miteinander gesprochen und haben auch einen Plan gemacht, den wir gemeinsam dann mit Fatih ausgearbeitet haben und haben auch die Rollen klar vergeben. Dustin wird für die, wird zum großen Teil auch für die strategische, strukturelle Ausrichtung des Teams verantwortlich sein. Natürlich mit Fatih gemeinsam die Game-Philosophie besprechen und Fatih wird so die individuelle Arbeit machen. Das macht Dustin zum Teil auch, aber er liegt da auf jeden Fall den Schwerpunkt drauf. Also er die individuelle Arbeit mit den einzelnen Spielern und Dustin hat so das große Ganze im Kopf und wird da halt auch alle erforderlichen Maßnahmen treffen, die die halt, die aus unserer Sicht dann halt einfach nötig sind, um das nächste Level zu erreichen. Deckt sich das? Hast du sehr, sehr gut, sehr gut beschrieben, kann ich eigentlich nichts ergänzen. Ich freue mich auf jeden Fall und das ist natürlich auch ein Work in Progress. Wir werden schauen, wie das Konzept alles dann in der Praxis umgesetzt wird. Aber momentan bin ich sehr, sehr guter Dinge. Wir haben schon sehr gute Meetings gehabt und ich glaube, das wird ein sehr cooles Konzept, was sehr gut aufgehen wird. Gibt es noch News zum erweiterten Kader oder kommt da noch was, wie die Struktur drumherum aussehen wird? Doch, wir werden nochmal eine News machen zum Coaching-Team und das Coaching-Team drumherum auch nochmal vorstellen, wird relativ kurz und knapp. Also mit Dustin ist der Erste mehr oder weniger aus dem Background nach vorne getreten. Aber man muss halt auch immer sagen, es gibt halt Leute, die wollen dann halt auch eher im Hintergrund arbeiten. Das sind persönliche Dinge, die für uns dann im Vordergrund stehen. Für uns ist ja der Mensch und die Arbeit, die der Mensch macht, wichtig in dem Fall. Und klar, ist es schön, wenn er sich in der Öffentlichkeit gut präsentiert und auch immer so ein bisschen was von sich freigibt, aber dazu werden wir halt nie jemanden zwingen. Aber wir werden auf jeden Fall das Coaching-Team einmal vorstellen, dass jeder mal weiß, wer sind die Jungs eigentlich, was sie genau bei uns machen. wird aber relativ kurz und knapp. Okay, füllen wir doch einmal zurück zum Thema deutsches Line-Up und deutsche Spieler. haben wir, Frage kommt von Niklas Kräfer, haben wir eine unantastbare Mindestanzahl deutscher Spieler, die wir im Line-Up haben wollen? Also das haben wir ja im Prinzip schon ganz oft gesagt, wir wollen, dass die Mehrheit immer deutsch bleibt. Aber es ist, also man kann nicht sagen, das ist ganz klar unser Ziel, das ist unsere Philosophie, das ist unser Konzept und wir wollen das immer umsetzen und solange wir das umsetzen können, wird das auch ganz klar weiter so geführt. So, das ist die Aussage, die ich dazu treffen kann. Nächste Frage von Sport, hier nochmal von 9to9. Aus sportlicher und finanzieller Sicht trägt sich euer Nachwuchssystem bereits, oder trägt euer Nachwuchssystem bereits Früchte. Wie wichtig ist es in Betracht auf teils hohe Ablösesummen und Gehälter von internationalen Spielern? Aus meiner Sicht enorm wichtig. Also, wir sind ja bewusst den Weg gegangen, dass wir unsere Spieler selber ausbilden wollen. Deswegen stecken wir da auch sehr viel Infrastruktur und auch Geld rein, muss man ganz klar sagen. ich glaube, unser Academy-Team ist in dem Segment wirklich gut bedient und auch das, was wir außerhalb des reinen Gehaltes bieten, das bieten, glaube ich, wenige Orgas. Die Jungs wohnen teilweise monatelang hier bei uns in Berlin. wir mieten Spielerwohnungen an, wir geben denen halt wirklich alles damit, damit sie den nächsten Step machen können. Wir laden die Familien ein, lernen die Familien kennen, wollen alle mit in unsere Visionen, in unsere Philosophie nehmen und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt bei uns. Ich habe mich verzählt, was war die Ursprungsfrage? Genau, wenn Sie mich nochmal hochscrollen, genau, aus sportlicher und finanzieller Sicht. Ja, genau, also das ist natürlich der Weg, den wir gehen wollen und wir sparen da unheimlich viel Geld, weil wir die Spieler selber ausbilden und keine riesigen Ablösungen zahlen müssen und wir verlieren halt auch nicht unsere Identität. Also wir bauen die Jungs auf und wir, also das ist halt einfach dieses Big-Gehen, was die Jungs halt mit sich tragen. Also ihr könnt, fragt gerne mal die Jungs, die aus dem Academy-Team kommen, ohne, wir brauchen da auch keinen Briefen oder sonst was, was sie über Big sagen. Also das, ich weiß einfach, wie die Jungs denken, ich weiß, was die Jungs über Big sagen, ich weiß, wie sie sich mit Big identifizieren und so genau muss es halt sein. Also das sind halt Leute, die, oder das sind Jungs einfach, die grundehrlich sind und sich ganz klar zu Big bekennen. Ist auch völlig egal, ob da ein internationales Team kommt und sagt, wir beten dir das dreifach an Gehalt. Sie wissen, was sie für einen Mehrwert bei uns haben, sie wissen, was wir für sie getan haben und wir wissen und wir wissen was sie für uns tun. Also das ist ein absolut gegenseitiger Respekt und das ist das, was wir halt einfach aufgebaut haben und was wir weiter verkörpern wollen. Und ich denke, wenn ich das ergänzen kann, es ist auch sehr, sehr gut, einfach zu wissen, was man an den Spielern hat. In dem Sinne, wenn man jetzt random internationale Spieler pickt, man weiß nie, wie die auch so charakterlich ins System passen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man lange Zeit nah mit den Academy-Spielern schon gearbeitet hat. Man weiß genau, was man bekommt, wie die Synergy im Team dann sein wird und ich denke, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Letzte Frage zum Team, dann habe ich noch eine allgemein und dann nehmen wir die Twitch-Shirt-Fragen auf, die qualitativ verformungsgemäß sind. Genau, welche Ziele haben wir für das zweite Halbwert? Du hast gesagt, du hast jetzt keine Deadline gesetzt für das Team, irgendwelche Ergebnisse einzufahren, aber habt ihr euch persönlich keine Ziele gesetzt? Unser klares Ziel ist, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist natürlich nichts, was ihr hören wollt, aber wir sind natürlich jetzt durch den Wechsel erstmal ordentlich abgestürzt. Wir wollen die Rangliste wieder hochklettern, wir wollen uns vorerst in den Top 20 etablieren und dann gucken wir Step by Step, wie weit wir noch kommen können. Das ist jetzt unser Ziel, aber erstmal wollen wir als Team zusammenwachsen, wir wollen eine gemeinsame Philosophie entwickeln, das alle an dem gleichen Strang ziehen und einfach so einen Workflow schaffen, der allen auch Spaß macht und dann kommt vieles von allein. Das ist mein persönliches Ziel. Ja, kann ich mich auch noch anschließen. Alles, was wir machen können, ist uns zu verbessern und stetig auf uns zu schauen, vor allem nur und immer weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln und darauf achten, dass das Ganze drumherum alles super funktioniert. Eine Maschine quasi, die sich weiterentwickelt und ich denke, dafür haben wir die notwendigen Pieces auf jeden Fall. Dann die letzte Frage von Nick Skipper, auch DPA. Nicht nur bezogen auf euch, was haltet ihr generell von den Moves aller Teams oder ihr könnt auch ein paar Beispiele eingehen? In der Off-Season, welche Erwartungen habt ihr an stark veränderte Teams wie Navi und Lick? Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, also ich glaube, ich weiß gar nicht genau. TV aufmachen. Ja, ich kenne ja die, also ich weiß aber nicht, was offiziell ist und nicht offiziell ist, deshalb, ja, muss ich wirklich mal gucken. Also generell kann man sagen, ich glaube, das war eine sehr verrückte Transferperiode. Ich glaube, also auf dem Blatt erstmal haben sich viele Teams erstmal geschwächt, aus meiner Sicht, aber das ist halt wie überall. Also wenn die Grundphilosophie stimmt und das Team drumherum, kann man aus Lineups, die auf dem Blatt erstmal nicht so wirklich zusammenpassen, trotzdem was super Gutes daraus bilden. das haben jetzt in der Vergangenheit Apex, Monte und auch Gamer Legion geschafft. Ich denke, die hatte jetzt keiner auf dem Schirm, dass die so gut performen, jetzt auch auf dem Major und leider Gottes sind alle drei jetzt eigentlich zerbrochen. Ja, also aus allen Dingen, das ist glaube ich auch offiziell, aber aus allen dreien Teams wurden die Saar-Spieler rausgekauft und ist halt schwierig. Also es sind halt, das ist halt genau das, was wir halt nicht wollen. Also jemand aufbauen und dann halt beim erstbesten Erfolg halt einfach verlieren, das ist halt, das passt halt nicht zu uns und deswegen ist halt wieder ein Punkt, wo wir halt ganz klar sagen, diesen Weg wollen wir auf gar keinen Fall gehen. Ja, ich finde auch die, also die Transferphase war schon sehr, sehr wild. Ich denke vor allem, dass viele Teams auch schon probieren, schon längerfristig zu planen, vielleicht eher jüngere Spieler picken und so weiter für CS2 dann auch schon, aber trotzdem kann man sehr schwer Aussagen treffen, denke ich, über die Teams, vor allem bei Liquid wurde ja auch eben genannt als Beispiel, also ich denke, wenn man sich das Line-Up anguckt, das ist erstmal auf Papier, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das, also ob das funktioniert oder nicht, das ist immer so ein bisschen random bei diesen internationalen Mix-Teams, würde ich sagen und auch Navi, wenn sich das fürwortet, was da auf Alt vor steht, weiß ich nicht, kann man echt wenig zu sagen, erstmal kann man nur sagen, es ist sehr, sehr wild und all over the place, welches Team dann on top kommt, ist die nächste Frage, ich denke, ich denke Vitality hat sehr gute Entscheidungen getroffen, ich denke, das kann man vielleicht so sagen, ich finde, die Wechsel machen sehr viel Sinn erstmal und alles andere ist so, ja, sehr, sehr schwer zu bewerten. Okay, gut, dann gehen wir jetzt in den Fitchert rein, wir stürzen uns rein, erste Frage kommt von Fabi Sun, sie ist, habt ihr Kaihan schon mal in Betracht gezogen? Ich glaube, die Frage kam vor einigen Minuten, wahrscheinlich Richtung Academy. aber die Personale Kairon habt ihr die auf dem Firm? Klar, also wir, wir haben ein unheimlich intensives Scouting betrieben, haben sehr viele Spieler uns angeguckt auf allen möglichen Posys und da war Kairon auch im Gespräch, hat jetzt letztendlich nicht gepasst, aber er ist sicherlich ein interessanter Spieler mit viel Potenzial und also ich dörne ihn absolut, dass er jetzt wieder ein Team findet und da halt ein neues Zuhause findet und halt auch mit dem er halt zufrieden ist. Also ich denke, das hätte er auf jeden Fall verdient. Nächste Frage von Denop, habt ihr euch schon mal mit anderen deutschen Orgas, die derzeit nicht in CSGO sind, in Verbindung gesetzt? Ob sie vielleicht auch im deutschen CS-E-Sport organisieren wollen oder fokussiert ihr euch nur auf eure Teams? Also wie sieht es aus mit big, übergreifenden Projekten? Wir haben immer einen Austausch mit anderen Teams. Manchmal kommt er ein bisschen zu kurz, weil man einfach auch unheimlich viel zu tun hat und die Themen so ein bisschen die Zeit fressen, aber also ich denke, dass es halt auch so ein bisschen unser Auftrag ist, da so ein bisschen die Arbeit zu leisten, Pionierarbeit zu leisten, andere Teams mit ins Boot zu holen, vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen, wie man eine Infrastruktur aufbaut, die gut funktionieren kann, gerade im CS-Bereich, aber auch in anderen Spielen. Also wir sind immer bereit, wenn sich eine Orger bei uns meldet, Gespräche anzubieten. Das ist halt immer ein zeitlicher Faktor, aber man kriegt es immer irgendwann hin. Ist halt bloß nicht sofort umsetzbar. Ja, kann ich auch kurz ergänzen. Natürlich haben wir alle eine Menge zu tun mit unseren eigenen Aufgaben, Problemen und Co. Aber ja, natürlich probieren wir auch oder arbeiten weiterhin daran, eben sehen wir uns auch an der Rolle, um da auch vor allem deutsches CS eben A für uns selber, aber auch im Allgemeinen weiterzuentwickeln. Genau. Wenn ihr Fragen im Twitch-Chat entdeckt, könnt ihr die gerne aufgreifen. Ich scroll hier gerade einmal durch. Gibt es dieses Jahr noch neue Jerseys von UTV? Ja, wird es geben. Hoffentlich zeitnah. Geplant ist auf jeden Fall, dass sie zeitnah kommen. Hier kam noch mal die Frage von Gord0707, wie es mit dem Sportpsychologen aussieht. Wir hatten einige intensive Gespräche, hast du die aber gut gemerkt. Sind auch weiterhin ganz klar daran interessiert, jemanden für uns zu gewinnen oder beziehungsweise jemand, der zu uns passt, dann halt auch einzustellen, ist leider nicht ganz so einfach. Also jemanden zu finden, der dann wirklich ganz genau zu uns passt, das haben wir in der Vergangenheit glaube ich auch ein bisschen voreilig gemacht und es hat nicht ganz so gut geklappt. Deswegen lassen wir uns da jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns sehr wichtig ist und wo wir daran arbeiten. Genau, das Ganze, die ganze Postkampferenz wird natürlich auch wieder auf YouTube zur Verfügung stehen, auch als Zusammenschnitt und auf Social Media könnt ihr auch den Live-Ticker verfolgen. Falls ihr euch später nochmal einzelne Antworten anschauen wollt oder anschauen wollt, die ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Genau, jetzt bin ich gerade nochmal auf Twitter. Hier ist die Frage, ob man sich vorstellen kann, dass Tapsen in Zukunft vielleicht auch mal nicht callt. Kann man sich natürlich vorstellen. Also das sind halt Sachen, Johannes ist ein super IGL, ist aber auch ein Spieler, der ein Riesenpotenzial hat und den wir auch öfter als Starspieler brauchen. Das sind natürlich auch Überlegungen, die bei uns einfließen. Werden wir sehen, was die Zukunft bringt, aber momentan ist er halt unser Team-Captain und wie sich das alles entwickelt. Wir haben potenzielle Kandidaten bei uns im Team, die diese Rolle ausführen könnten. Ob wir da diesen Wechsel wirklich vollziehen, müssen wir dann einfach gucken. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken könnte auch. Die ausformulierte Frage von Gord oder Gordo im Chat genau über Ziele hat mir gesprochen. Wir wollen dem Team auf jeden Fall Zeit geben, jetzt auch unter dem neuen System eben sich weiterzuentwickeln. Genau, das kurz dazu. Hier war noch die Frage von der Ian. Wie passt Mantel in die Team-Chemistry? Habt ihr schon zu fünf gepragt. Bootcamp geht am vierten offiziell los, aber trotzdem haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Wie gesagt, es war ein sehr langer und genauer Scouting-Prozess mit den Spielern und auch Mantel wird sehr gut in die Team-Chemistry passen. Das können wir vorher auch schon sagen, aber wie das spielerisch natürlich dann aussehen wird, wird sich dann ab dem Bootcamp zeigen. Ich kann ja noch mal, es kamen jetzt einige Fragen zu Kito, ich glaube auch zu Tizzi. Das sind natürlich immer, wenn ein Spieler, der so lange bei uns ist, uns verlässt, dann sind das immer schwierige Situationen und manchmal ist das aber einfach der Zeitpunkt, der Zeitpunkt ist irgendwann einfach mal da, dass man sagt, okay, pass auf, man geht auf einen freundschaftlichen freundschaftlich auseinander und sagt, okay, man probiert mal einen anderen Weg, um sowohl der Spieler selbst als auch wir zu sagen, man bringt einfach frischen Wind rein. Also das ist, das war jetzt gerade bei Nils, war das glaube ich, Nils ist ein Spieler, mit dem wir unheimlich viel Erfolge gefeiert haben, dem wir unheimlich dankbar sind für die Vergangenheit. Wir werden in Zukunft auch immer miteinander sprechen, wir sind nicht böse auseinandergegangen. Ich bin mir sicher, dass Nils ein gutes, neues Zuhause finden wird, da gibt es einige Gespräche und ich denke, er wird das auch relativ schnell umsetzen können. Tizi ist jemand, den ich also auch als Mensch unheimlich schätze, ist ein super cooler Typ, der auch big verkörpert hat, jahrelang und er will unbedingt noch spielen. Ich glaube, er hat es auch wirklich noch drauf und ich hoffe, er findet ein Team. Ich denke, er hat jetzt diese Transferperiode eine gute Chance und da geht man auch absolut nicht mit, da ist kein böses Blut oder sonst was, wir wünschen ihm alles Gute, er wünscht uns alles Gute. Das hat man ja glaube ich auch in den letzten Streams bei ihm gesehen, aber es passt halt einfach nicht mehr in unsere Konstellation. Wir setzen jetzt klar auf das Projekt, was wir vor Jahren gestartet haben, auf das Academy-Projekt, haben das in guten Gesprächen halt auch mit den Jungs halt verständlich rübergebracht. Ich glaube, auch für den einen oder anderen ist einfach auch ein Zeitpunkt gekommen, wo er sagt, okay, für mich ist die Zeit gekommen, jetzt weiterzuziehen aus verschiedenen Gründen und wir haben einfach für uns entschieden, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir mit den Academy-Jungs die nächste Ära bei Big Ride einleiten. Nichtsdestotrotz gebe ich euch natürlich recht. Also so eine Entscheidung tun mir auch immer leid und sind nicht einfach, aber sie müssen halt einfach manchmal getroffen werden. Das sind alles extrem verdiente Spieler, die auch eine Menge für uns und auch die deutsche Szene geleistet haben. Und genau, das kann man das vergessen, auch wir nicht. Um auf die, zumindest Proz und Zinn mal kurz zu blicken, Qualitäten der beiden. Frage von mir. Was seht ihr da? Ihr habt natürlich die beiden nicht rund gepickt. Vielleicht einer nach dem anderen. Vielleicht erst mal das denn, dieses bisschen. Und dann darf sich Roman anschließen und nichts hinzufügen. Ja, ich habe mir die beiden auf jeden Fall sehr genau angeschaut und natürlich auch schon längere Zeit verfolgt ein bisschen. Man muss ganz klar sagen, wenn man erst zu Großos kommt, individuelle Klasse, sehr, sehr hohes Niveau, meines Erachtens, sehr Aim-Stärke, auch Game Sense, also wenn man sich die Academy-Matches anguckt, wie er sich behauptet, auch gegen sehr erfahrene Gegner teilweise. Glaube ich, deswegen für uns war es klar, dass er den Schritt machen kann und mit vor allem diesen Qualitäten glänzen kann. Also ich denke, dass er vor allem für Multikills und so weiter sehr, sehr gut zu haben sein wird und vor allem mit wachsender Erfahrung dann, wenn er halt diese ganzen, diese Zeit im Main-Team verbringt, wird er nur noch besser werden. Und ich glaube, deswegen ist er ein sehr guter Pick. und Sin natürlich hat schon ein bisschen geschnuppert in dem Main-Team und man merkt das ihm auch an, also wenn man seine Matches anschaut, das als IGL im Academy-Team, so ein Overview zu haben, sehr viel Impact, Midround zu haben, immer ans Limit zu gehen, aber trotzdem nicht dumm zu sterben. Also er hat schon sehr, sehr gute Finesse und man muss dazu sagen, dass er auch sehr krass umschießen kann. Also er ist ein IGL, das darf man nicht vergessen, im Academy-Team gewesen. Und ja, und trotzdem hat er sehr, sehr krasse Stats gefahren und individuell behauptet er sich und trotzdem hat er halt diesen Impact mit Game-Stats und so weiter. Also beides Hochkaräter in meinen Augen. Dein Part, Roman. Ja, also ich kann nichts zum Fuß zufügen. Nein, also ich denke, ich schließe mich da das dann an. Also David ist halt, also David hat für mich die größte Entwicklung im Academy-Team dieses Jahr gemacht. Wir hatten viele intensive Gespräche Anfang des Jahres. Ich habe auch längere Gespräche mit David gehabt, weil ich glaube, das letzte Jahr war, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht herausragend. Es war halt durchwachsen bei David und also er hat einfach gezeigt, dass er das unbedingt möchte und hat halt wirklich alles zurückgesteckt und er hat sich halt hat vollen Fokus auf seine Karriere gelegt und hat halt einfach so viele Sachen umgesetzt, die einfach gegriffen haben und hat jetzt diesen Step halt also wie kein anderer verdient aus meiner Sicht. Also ich denke auch, er ist ein Spieler mit einem unheimlichen Potenzial und ich bin gespannt, wo sein Ende ist. Also ich glaube, das haben viele noch nicht gesehen. Wir auch noch nicht. Ja. Gut, dann habe ich noch eine Frage von Twitter von Alex, ein Fototyp. Privater Natur, Zeitplan ist wahrscheinlich voll, habt ihr eben schon erwähnt, wir haben in ein paar Tagen auch schon das erste Bootcamp, Vorbereitung, dann direkt auch für Blast, geht direkt heiß her, vorliegstellt und auch irgendwann noch auf dem Plan. Haben die Jungs oder ihr auch schon Urlaub gemacht oder wird demnächst wenigstens etwas relaxed in den kommenden Tagen. auf jeden Fall schon gesehen, dass Karim in Barcelona ist, hat auch Dennis Schröder getroffen am Flughafen. zwei Legenden. Genau. Was ist denn euer privater, persönlicher Plan oder nehmt ihr euch nach Auszeit oder wann und genau mit den Spielern? Ich fange woanders denn? Ja, also wie du schon gesagt hast, ist natürlich auch jetzt sehr viel Zeit, die in die Vorbereitung gesteckt wird. Ich denke, das ist auch sehr wichtig und für mich auch vollkommen okay. Ich hatte trotzdem meine, quasi meine Auszeit oder beziehungsweise ich bin auch gerade so excited für das neue Line-Up, dass es für mich quasi fast schon Auszeit klingt sehr banal, aber das ist so ein bisschen, also ich habe gerade sehr viel Spaß daran in der Vorbereitung und werde jetzt nicht nochmal verreisen oder so. Ist ja auch bloß noch eine Woche im Endeffekt, aber die Jungs sind ja auf jeden Fall im Urlaub und einige sind schon wieder zurück, die schon im Urlaub waren. Also das ist das Wichtigste, dass die Spieler vor allem so ihre Auszeit haben und halt frisch wieder in die Season starten können. Ja, ich habe jetzt, ich habe auch noch keinen Urlaub gehabt, aber ich habe halt auch Kids. Ich bin so ein bisschen an diese Ferien immer gebunden. Leider Gottes passt mir. Deswegen diese ganzen Breaks, die durch die CSP, PA so ein bisschen umgewandelt wurden, überhaupt nicht. Wie vielen anderen im E-Spot-Ferder auch nicht, aber gut, ich muss mich halt damit zurechtfinden. Also ich werde irgendwie gucken, nach Cologne werde ich mal Urlaub machen müssen. Da haben wir zumindest offline eine kleinere Pause von drei, vier Wochen. Ja, und da werde ich dann mal ein bisschen entspannen, halbwegs. CSP, PA-Seite übrigens immer noch down. Neul Starts-Update. Gibt es auch kein richtiges Update? Also ich glaube, die meisten kennen die CSP, PA sowieso nicht, aber also um es kurz zu erklären, die CSP, PA ist sozusagen eine Gewerkschaft für die Spieler. So ist der Hintergrund des Ganzen und im Moment ist es da ziemlich ruhig. Es gibt da verschiedene Gruppen und da gibt es auch kein Feedback. Ja, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber sie haben sowas zum Beispiel durchgesetzt, dass die Summer Break und Winter Break jetzt an anderen Zeiten stattfindet. Ja. Gut, so viel Break ist ja dann auch nicht übrig geblieben. Wir hatten da noch die Funktionäre, die wir reingereigt haben und dann sind wir auch, wenn das erste Turnier am ersten Tag gescheduliert ist, in dem keine Break mehr ist, dann ja, sollen die Spieler untrainiert hinfahren. Das ist halt alles. Ja, aber das irgendwie alle noch hin, irgendwie alle organisiert. Das sind noch kurze Fragen an dich, Mantu. Wie viel Deutsch kann er denn? Also wahrscheinlich Hallo, Tschüss und Danke bitte oder kommt er noch? Also er hat ja schon mal die ähnliche Situation, das ist auch ganz gut, er hat ja schon mal die Situation, mit vier Deutschen zusammenzuspielen und ich denke, also ich weiß auch, dass er sich erinnert hat, dass er so diese Callouts irgendwann auch verstanden hat, so ein bisschen unterbewusst, weil du halt schon viel Deutsch hörst, wenn du mit vier Deutschen spielst, aber trotzdem sprachlich hat er jetzt noch keinen Fokus darauf gelegt. Nichtsdestotrotz weiß man nicht, was die Zukunft bringt. Er ist ein sehr smarter Typ und ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch mal in Erwägung ziehen würde, das Ganze zu lernen, weil wir wollen ja auch langfristig planen und so weiter und dann werden wir fragen, wie das funktioniert. Aber momentan ist sein Deutsch natürlich noch sehr limitiert auf ein paar Sätze. Genau. Ich hatte auch gelesen, wo er wohnt, er ist rund in Wartau. Das war noch eine schlechte Frage, und deswegen ist er ja auch nicht so weit weg von uns. Ja, vielleicht ist der Flug eine anderthalb? Ja, anderthalb Stunden. Jetzt müssen wir noch einen buchen. Gut, dass du es erwähnst. Super, ja. Wobei startet er jetzt am Montag. Ja, ein bisschen Zeit. Da brennt die Karte wieder. Guck mal, die Flüge sind günstig momentan. Ich habe keine weiteren Fragen direkt mehr entdeckt. Genau, jetzt haben wir die letzte Chance. Natürlich sehen wir uns in Köln. Wir sind auch alle vor Ort. Haben auch eine Menge geplant. Announcement dazu kommt auch. Gibt, ja, auch wieder, ja, eine Menge Aktionen sowohl von uns auch unseren Partnern. Alles sonst, ich habe auf jeden Fall vorbeizuschauen, wenn ihr noch kein Ticket habt. Ich glaube, für Freitag sind noch Tickets da. Freitag lohnt sich auch. Wenn ihr es denn schafft, dort noch anreisen zu können. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir so viele wie möglich am besten genauso viele oder noch mehr als letztes Jahr zu sehen. Das war schon crazy zu sehen, wie gefühlt jeder zweite, dritte, da mit dem Big Click umgelaufen ist. Das war schon, ja, genial. Und wir freuen uns auf jeden Fall als ganzer Club eben, ja, auf Köln. Ich hoffe, jedes Jahr, das ist das Highlight. Genau. Ja, und wie Red schreibt, die Bogenbeers haben gerade ein Gameway laufen. Checkt mal ihren Twitter-Account. Ich weiß nicht, Harkon, Jannik, wenn einer von euch das gerade linken kann im Chat, wäre super. Da könnt ihr euch noch die, an die Betreuung reinmachen und noch die Shorts auch auf Tickets für das ausverkaufte Wochenende erhaschen. Gute Schleichschärbung. Ne, habt ihr noch Abschlussworte? Ähm, ja, im Endeffekt danke, dass ihr uns da halt weiterhin unterstützt und das ist jetzt nicht einfach so eine Floskel, also uns ist das wirklich viel wert. Wir wissen immer, dass eure Unterstützung halt da ist und für die Jungs ist das unheimlich wichtig, also für uns auch, aber für die Jungs ja noch viel, viel wichtiger. Und ich, den einzigen Wunsch, den ich so ein bisschen habe, also das ist jetzt sicherlich trifft das jetzt nicht so viele hier im Chat, aber dass wir so als deutsche Community einfach enger zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen und wir einfach gemeinsam an dieser Vision vom deutschen E-Sport halt arbeiten und da halt gut vorankommen. Sehr gut. Ich kann mich dem auf jeden Fall auch nur anschließen. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir werden auf jeden Fall alles geben, euch weiterhin stolz zu machen. Es wird eine sehr schöne Zeit, bin ich mir sicher. freue mich auf die zweite Jahreshefte. In diesem Sinne, ja, euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende kann ich mir natürlich wünschen. Wir haben Dienstag, aber ja, euch noch eine produktive Arbeitswoche, liebe Big Fans und euch beiden auch und ja, wir sehen uns bald. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.